Musik Der Frühling steht vor der Tür und die Garten-Saison ist eröffnet. In diesem Sinn begrüsse ich Sie recht herzlich zur neuen Sendung von Bauschweiz TV. Heute sind wir hier in Zürich an der Giardina 2017. Die Giardina ist die grösste Indoor-Fachveranstaltung für das Leben im Garten. Hier finden Sie die führenden Anbieter, die Ihnen die neuesten Trends und Neuheiten im Bereich Garten zeigen. Kommen Sie doch mit zu einem Rundgang mit uns durch die Giardina. Wir gehen für Sie auf die Suche der neuesten Tipps rund um den Garten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017